so mein lieben mittwochabend kurz nach 21 uhr heute machen wir ein schönes kleines aber auch feines warm-up zu meinem geburtstag den feiere ich am samstag in würzburg im airport ja und da gibt es jetzt auch in circa 15 minuten auf meiner facebook-seite facebook.com eine kleine verlosung schaut mal vorbei und jetzt wünsche ich euch viel spaß in den nächsten zwei stunden so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, die erste Stunde ist gleich vorbei. Wir haben kurz vor 22 Uhr schon mal vielen Dank für die rege Teilnahme an der Verlosung. Ja, vier Gästelisteplätze standen zur Verfügung. Sind jetzt weg. Ich suche noch ein bisschen aus, beziehungsweise ich los aus. Und danach gebe ich die Gewinner bekannt. Vier Stück sind es an der Zahl. Jetzt kommen erst mal die Nachrichten und danach folgt noch eine Stunde. Also bis gleich.